Ich könnte jetzt natürlich 50 Punkte Wahlprogramm aufzählen, aber ich fände das sowohl unseriös als auch unverantwortlich. Denn als Bürgermeister bin ich ja nicht irgendein König, der hier in Kirchhain alles selber entscheiden kann, sondern für die wichtigen Entscheidungen sind die Stadtverordneten zuständig. Meine Aufgabe dann als Vermittler zwischen Politik, Verwaltung und BürgerInnen ist, dass ich die Verwaltung so effizient, modern und digital gestalte, dass all die Entscheidungen und Anträge dann auch wirklich zuverlässig und zügig umgesetzt werden.